Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GONNAWATIS Personal Training. Wir machen heute ein 10-minütiges Bein- und Füddli-Workout. Und ich stelle einen Timer für uns, immer mit 45 Sekunden Workout und 15 Sekunden Pause. Wie gesagt, für 10 Minuten. Die Idee ist eigentlich, dass wir ein Workout machen, das für die Innenschenkel ist, für das Füddli, für die Aussenschenkel, all die Problemzonen, die wir Frauen haben. Jetzt, ich würde sagen, ihr könnt euch auf eure Matten schwingen. Ich mache die hier noch etwas schön. So. Und wir starten gerade mit der ersten Übung. Und zwar könnt ihr für dich auf die Seite kommen. Starting Session. Ihr könnt euch hier abstützen. Und jetzt tötet ihr immer das untere Bein so anheben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ganz abblicken, das ist völlig euer Lach. Aber einfach das untere Bein vorne anheben. Da haben wir vor allem den Innenschenkel drin. Und das wird mit der Zeit manchmal noch kein Bestreng. Zuerst denkt man es näher. Und irgendwann merkt man, ah doch. Wir achten euch einfach darauf, dass ihr wirklich mit der Kraft arbeitet. Und nicht einfach nur hier so etwas hin und her geht. Sondern wirklich mit Kraft hier drauf kommen. Jetzt merkt ihr es langsam. So eine kleine Bewegung, die so viel ausmachen kann. Es sind noch 3, 2, 1, gut. Wir wechseln gleich die Seite. Also spüren solltet ihr es wirklich hier drauf. Also andere Seite. Wieder das untere Bein strecken. So wie es für euch bequem ist. Und wir kommen bei der anderen Seite drauf. Achtet euch, dass ihr gerade hier liegt. Und nicht irgendwie ein Füttchen hinten raus strecken. Und auch wieder aus der Kraft raus. So hoch oben, wenn ihr kommt. Die ganze Bewegung ausnutzen. Also auch unten. Wieder ganz runter. Und atmen. Wenn es euch hier beim Füttchen weht tut. Dann sind das wahrscheinlich Triggerpunkte. Und ein Anzeichen dafür, dass ihr mal auf eine Blackroll solltet. Könnt ihr mal googlen, wenn euch das nichts sagt. Es sind einfach so etwas Muskelverhärtungen. Good. So. Jetzt gehen wir auf das Füttchen. Und zwar so etwas auf die Aussenseite. Ihr liegt wieder an. Das untere Bein ist angewinkelt. Das oberbein ist auch angewinkelt. Knie am Boden. Fersen. Wegschieben. Ist auch eine Übung, die nach nichts aussieht. Aber unheimlich streng wird. Also wenn ihr euer Freund nebendran zuschaut. Und euch auslacht. Dann sagen wir mal, er soll mal eine Runde mitmachen. Weil es gibt so fest Krämpfe. Denkt euch vorstellen. Als würdet ihr dort hinten oben jemand wegkicken wollen. Ihr bleibt immer in einer Linie. Mit dem Fuss und dem Knie. Also nicht so etwas. Sondern wirklich in dieser Linie bleiben. Es sind noch drei. Zwei. Eins. Gut. Andere Seite. Eine Seite, die etwas angenehmer ist als die andere. Es kann sein, dass ihr merkt, dass ihr die einen stärker sind als die anderen. Das macht es überhaupt nicht. Es ist völlig menschlich. Genau. Gut ausschieben. Es ist auch gut möglich, dass die jetzt etwas schneller brennt. Genau. Super. Einfach ja im Takt. Und schauen, dass ihr es viel oben anspannen könnt. Genau. Also wirklich mit aller Kraft hier drauf schaffen. Wir haben schon mehr als die Hälfte. Und wenn es krankt, einfach schnell Pause machen. Und dann wieder weiter machen. Wir probieren mit dem Knie den Boden zu berühren. Wir haben es gerade noch 5 Sekunden. Durchziehen. Gut. So. Für die nächste. Kommen wir in den Vierfüßler. Wir machen jetzt wieder die rechte Seite. Und ihr stellt euch vor, ich zeichne ein V-Zeichen. Also ihr kommt hinten hoch. Dann in die Mitte. Und dann auf die andere Seite. Achtet euch darauf, dass der Rücken gerade bleibt. Ich weiss, es ist immer schwierig, wenn man keinen Spiegel hat. Aber einfach darauf achten, dass ihr nicht ins hohe Krüte ziehen könnt. Also nicht zu hoch mit dem Bein. Nicht irgendwie so etwas. So. Sondern wirklich einfach nur so, dass ihr hier ruhig bleibt. Weil dann trainiert ihr auch das Vierfüßchen. Genau. Vierfüßchen anspannen. Spürt ihr wahrscheinlich auch das Bein, das am Boden steht. Völlig in Ordnung. Alles korrekt. Gut. Gut. Wir wechseln die Seite. Noch ein paar Mal gut durchatmen. Und dann kommen wir hier mit dem linken Bein drauf. Gut. Also jetzt zuerst links oben. Boden berühren. Rechts oben. Links. Rechts. Genau. Auch der Kopf ist in der Verlängerung der Birbelsäule. Also nicht irgendwie da oben und dann nicht da unten. Sondern einfach gerade schauen. Es hilft immer, wenn ihr so etwas zum matten Ende schaut. Also irgendwo da vorne. Dann habt ihr recht eine neutrale Position. Genau. Fersen gut ausschieben. Ich mache das super. Noch 10 Sekunden. Drei bleiben ohne Pause. Sehr gut. Herregt. Dann gehen wir auf die Kinderoberschenkel. Das ist eine schlimme, ich sage es auch jetzt schon. Und zwar kommen wir in die Hip-Trust. Einbeinig. Einbeinig. Und wir schieben die Hüfte nach oben. Bitte darauf achten, dass ihr den Rippenbogen tief lasst. Also ihr schiebt wirklich nur das Fügel hier her. Und nicht so irgendetwas. Also nur die Hüfte her. Wenn es zu streng wird, schiebt ihr den Fuss einfach auf den anderen. Es wird dann aber bedeutend einfacher. Gespüren solltet ihr hier den hinteren Oberschenkel. Je nachdem merkt ihr den Waden noch etwas. Und dann kommt ein wenig auf eure Genetik darauf an. Drei bleiben. Gut. Das ist die Übung, die immer sehr schnell Krämpfe gibt. Also wenn ihr jetzt Krämpfe gespürt habt. Alles okay. Ich spüre sie auch. Aber ich ignoriere sie einfach. Solange ich es kann, ich ignoriere sie. Gut. Also andere Seite. Höch. Und tief. Wir probieren auch hier wieder. Jedes Mal, wenn ihr nach oben kommt, ausatmen. Genau. Dann nehme ich auch einen guten Takt. Gar nicht pressieren. Es ist richtig warm, oder? Das macht ihr gut. Wir haben noch 12 Sekunden. Wir probieren nach wie vor aus dem Füdle raus zu arbeiten. Füdlebacken zusammenklemmen. Gut. So. Dann haben wir noch die letzte. Das ist auch eine gute. Und zwar kommen wir in den Vierfüßler. Und jetzt streckt ihr ein Bein weg. Und schau das. Nicht beschrecken. Das gibt sofort Krämpfe. Darauf achten, dass ihr die Hüfte jetzt nicht einfach hier rüber schieben und so machen. Sondern die Hüfte bleibt gerade. Und der Oberkörper auch. So gut wie das geht. Das ist eine ganz kleine Bewegung. Und bestenfalls kommt der Fuss auf die Linie mit dem Knie. Drei. Genau. Also richtig. Und pressen. Das Bein. Gerade den Rücken behalten. Oh. Muss ich auf so viele Sachen achten bei der Übung. Genau. Noch drei. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Andere Seite. Das ist die letzte Übung. Dann haben wir es schon geschafft. Also. Bein strecken. Auf die Höhe vom Fuss. Und los. Nicht verschrecken. Wenn die eine Seite nicht so gut geht wie die andere. Und atmen. Genau. Super. Probiert, dass ihr die Zähne zu euch hinziehen. Und spüren solltet ihr wirklich das für euch. Einfach für alle, die es nicht spüren. Also noch zwölf Sekunden. Die schaffen wir. Huh. Kommen wir als Team. Durchweissen. Auch wenn es zieht. Und. Huh. Oh. Hey, mir läuft ein Schweissbediener. Oh mein Gott. Ihr habt das super gemacht. Hey, ich bin stolz auf euch. Ich zeige euch noch schnell den Sonnenuntergang, der bei uns ist. Können wir mal schauen. Seht man ihn durch die Scheibe durch. Da hinten. So schön. Einen richtigen Winter Sonnenuntergang. Wow. So. Hey. Vielen Dank, ihr habt mitgemacht. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt. Wenn ja, können wir gerne einen Daumen nach oben hier lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke vielmals fürs Mitmachen und Zulagen. Tschüss.